So, erstmal herzlich willkommen zu Mortal Shell. Heute werden wir mal Gorf füttern. Es ist ja das neue DLC rausgekommen. Was wir brauchen, erstmal einen Haufen Ratten. Sehr viele Ratten brauchen wir. Um die Skins zu bekommen, rennt zu Gorf hin, füttert ihn kräftig. Ich nehme meistens immer so zehn Ratten und packt dann die Gitarre aus, spiele ein bisschen Musik und kriege dafür einen neuen Skin. Das ist eigentlich gar kein Problem. Man muss nur wissen, wie es geht, falls manche nicht so viele Staben suchen. Wie ihr seht, das klappt einwandfrei. Also ich habe ungefähr 150 Ratten benötigt insgesamt für alle Skins. Wie ihr seht, es macht einen solchen Lager. fall hellauf begeistert dass die ein kostenloses dlc rausgebracht haben und vor allem habe ich damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet ich hoffe das video hat euch ein bisschen weiter geholfen ich wünsche euch dann auch viel spaß mit dem video könnt euch alle skins angucken und dann verabschiede ich mich dann bis zum nächsten mal macht's gut leute ciao und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018